Musik Jo Leute, es ist wieder mal Zeit für ein neues Video der Multicammer Ranger. Ich bin JD und was gibt es besseres als Sonne und Software. Heute ist es Zeit für unser Gewinnspiel. 100 Abonnenten, wir können es bis jetzt immer noch nicht glauben. Es ist einfach unglaublich, wie schnell das ging. Vielen Dank noch einmal dafür. Und wie bedankt man sich am besten? Indem man einfach seinen Fans ein bisschen Airsoft näher bringt und ihnen ein paar Kleinigkeiten schenkt. Wir haben hier einmal für euch einen Magazinhalter für zwei Magazine für die Modelle Farmers M16, M4, AK und G3. Dann einmal eine Koyotfarbene Molle kompatibel Tasche. Hier also typisch Molle kompatibel. Dann haben wir ein Fight Dragon Holster in Olive. Oberschenkel natürlich, also könnt ihr eine Größe verstellen. Hier noch am Gürtel befestigen. Also standen tollste Teil in Olive. Und als kleines Special ein Dual Bungee Sling in Koyotan. Ziemlich hochwertig finden wir. Und wir dachten, ja kann man mal als Dankeschön natürlich mit reinnehmen. Was habt ihr zu tun, um diese Artikel zu gewinnen? Die ganzen Artikel werden natürlich nur unter Abonnenten verlost. Das heißt, solltet ihr noch kein Abonnenten von uns sein, abonniert uns und dann geht das alles auch ziemlich einfach. Ihr müsst dieses Video hier kommentieren, warum ihr die Artikel haben wollt. Am Ende der Verlosung, also nach ca. einer Woche, werden wir die Kommentare dann ausdrucken, in Schnipsel schneiden und damit eine ganz normale Tombola im Prinzip durchführen. Wir ziehen den Gewinner, wird alles mit Livestream gefilmt, dass ihr auch ja nicht glaubt, dass wir jemanden bescheißen. Und am Ende wird dann der Gewinner festgelegt. Und ja, dann schicken wir ihm den Artikel zu. Und dann kann er sich über vier neue Ersthoffsartikel freuen. Wie gesagt, wir bedanken uns nochmal recht herzlich dafür, dass ihr uns unterstützt und unsere Videos fleißig schaut. Unser erstes Video hat schon über 1000 Klicks, was echt unglaublich ist. Wir hoffen, es geht so weiter und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Multicammer Ranger Team.